So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs und ich kann euch jetzt schon mal mal sagen, dieses Video ist ordentlich voll mit Informationen, denn nach meinem letzten Video, wo ich euch ja davor gewarnt hatte, dass wir vielleicht ein Breakout aus diesem Rising Broadening Wedge nach unten sehen werden, ist das ja auch passiert und wir haben wirklich einen massiven Abverkauf bis in die mittleren 19.000 Dollar gesehen. Wir werden uns heute natürlich nicht nur damit beschäftigen, ob das jetzt erneut eine Chance ist nachzukaufen und natürlich auch Long-Positionen zu eröffnen oder war das jetzt unser Anzeichen dafür, dass wir definitiv nochmal auf die 16.000 bis 14.000 Dollar runtergehen werden und natürlich Leute, was bedeutet das auch potenziell für Ethereum, denn Ethereum erhält natürlich jetzt gerade hier live im Video potenziell eine Rejection, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, von dieser Art Bärfleck, die wir ja hier bei Ethereum geformt haben. Interessanterweise wegen dem Merch-Hype hält sich Ethereum natürlich die ganze Zeit aktuell noch ein bisschen weiter oben als Bitcoin. Nichtsdestotrotz Leute, wird es hier sehr, sehr gefährlich. Aus diesem Grund nicht nur die On-Chain-Daten, sondern auch Ethereum wollen wir uns natürlich heute neben dem Bitcoin-Kurs anschauen. Des Weiteren Leute, ich hatte euch ja auch gesagt, dass ich eine Short-Position potenziell eröffnen werde. Diese jetzt auch schon wieder mit 1,2 Bitcoin im Gewinn. Ich habe aber auch schon 8.000 Dollar aus dieser Position rausgenommen. Die Leute, die meinen englischen Kanal verfolgen, die wissen auch, warum ich diese Position eröffnet habe. Leider ist sich das ja gestern im Video im Deutschen nicht mehr schnell genug ausgegangen, euch über diesen Trade zu informieren. Einfach aus dem Grund, weil der Kurs ja während meinem Video so gesehen angefangen hat, nach unten auszubrechen und dann auch wirklich relativ rasant nach unten gegangen ist. Nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, ob nicht vielleicht bei Ethereum eine neue Short-Möglichkeit entsteht jetzt in kurzer Zeit. Aber lasst uns jetzt als allererstes mal über den Bitcoin-Kurs reden, damit ihr allgemein wisst, was denn jetzt hier überhaupt so passiert ist. Wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt mal diesem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet. 1.000 Daumen nach oben, vielleicht schaffen wir das ja heute bei dem Video wieder. Und ansonsten schreibt mir natürlich gerne auch mal einen Kommentar. Vergesst nicht zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt mal in die Charts. Auf dem Weekly-Timeframe hat sich einiges verändert, denn diese Wochenkerze, so wie sie jetzt aktuell dasteht, würde natürlich in diesem Fall sehr, sehr bearish closen. Das heißt, in den nächsten 4 Tagen und 18 Stunden brauchen wir unbedingt eine relevante Recovery im Chart. Ansonsten sieht es hier ganz danach aus, als müssten wir nochmal mit neuen Lows hier in diesem aktuellen Bärenmarkt rechnen. Was wir jetzt ja gesehen haben, ist eine ganz, ganz klare Rejection. Darauf haben wir ja auch gestern dann tatsächlich spekuliert. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich Profite nehmen werde von meinem Long-Swing-Trade und potenziell beim 0.618 Fibonacci Retracement Level, so wie immer, eine Short-Hedge-Position eröffnen werde es, vor allem, wenn eben ein Dead-Cat-Bounce sehr realistisch ist. Und schaut euch das an, wir sind natürlich perfekt vom 0.618 Fibonacci Retracement Rejected worden. Wir haben natürlich auch des Weiteren hier unsere ansteigenden ehemaligen Support, der zu Widerstand geworden ist. Und des Weiteren haben wir dann natürlich unter dieser großen Widerstandszone direkt ein bearishes Chart-Pattern geformt, und zwar diesen Rising Broadening Wedge, über den wir auch im gestrigen Video dann auch kurzzeitig geredet haben, bevor es wirklich dann rasant nach unten gegangen ist. Und Leute, was für ein Preislevel haben wir getestet? Das Preislevel, wo wir auch schon vor einiger Zeit gesagt haben, dass es gar nicht mal so unrealistisch ist, auch wenn wir jetzt hier richtig nach oben schießen, Leute, erinnert euch, letzte Woche, dass wir nochmal dieses symmetrische Dreieck hier auch retesten als Support. Und dass es natürlich jetzt ganz wichtig ist, dass dieser Support hier hält, damit wir eben im Chart anfangen, Higher Lows zu etablieren. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache jetzt hier. Und Bitcoin bewegt sich aktuell, so wie es aussieht auf den kleineren Timeframes, erneut auf dieses Chart-Pattern zu. Das heißt, ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Preisrange ungefähr zwischen 19.800 bis 20.000 Dollar eigentlich. Das ist unsere wichtige Supportzone gerade. Wenn wir die nach unten hin durchbrechen, muss man auf jeden Fall eigentlich damit rechnen, dass wir ein neues Low auch erleben werden. Das heißt, ein Break unter die 18.700 Dollar. Und das bedeutet dann natürlich für uns auf dem Daily, als auch auf dem Weekly, dass wir ganz klar eigentlich damit rechnen müssen, dass es nochmal deutlich weiter dann für den Kurs nach unten geht. Nichtsdestotrotz, Leute, bis jetzt hält dieses Supportlevel ja noch. Wir kriegen hier auf dem Daily einen kleinen Bounce rein. Nichtsdestotrotz, Leute, lasst uns vorsichtig bleiben. Einfach aus dem Grund auch, wenn wir mal ganz kurz, und Leute, ich habe jetzt leider hier vergessen, die Seite aufzurufen. Ich mache es jetzt ganz kurz hier einmal schnell live im Video. Denn was ihr hier nämlich jetzt gleich sehen werdet, Leute, haltet euch fest. Ich muss mal ganz kurz das Ganze aufrufen. Ihr seht es auch schon. Wir haben eine ordentliche Summe an Long Liquidation gesehen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist normalerweise immer so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass das hier natürlich potenziell erst mal dann eben, wenn wir einen großen Dump sehen, ihr könnt es auch hier sehen, und wir wirklich einen großen Liquidation Spike sehen, dass das dann fürs Erste erst mal wieder ein lokaler Boden wird oder wir zumindest danach noch weiter pumpen. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, warum sehen wir da so hohe Liquidationen? Wir sehen da so hohe Liquidationen, weil wir tatsächlich am 12. September, das heißt vorgestern, zum Beispiel bei Bitfinex und auch allen anderen Exchanges, einen enormen Increase in Long Positionen gesehen haben. Das heißt, wir hatten, so wie es aussieht, eine definitive große Retail-Fomo. Viele Leute dachten, ja, das ist jetzt der Boden, jetzt geht es nur noch nach oben und weiterhin, das könnte auch der Boden gewesen sein. Wir sind ja noch nicht bei neuen Lows. Nichtsdestotrotz, der Markt wurde wieder extrem bullisch. Alle dachten, das ist es jetzt. Übermorgen sind wir wieder bei 40.000 Dollar. Und deshalb war natürlich auch dann zu erwarten, dass diese große Summe hier an Longs, hier sehen wir die Ratio, wie viele Longs im Vergleich zu wie vielen Shorts eröffnet werden. Und da können wir einfach sehen, haben wir wirklich so einen enormen Spike gesehen am 12. September. Das ist natürlich klar, aber dass hier höchstwahrscheinlich noch einmal die ganzen, ja, Leute, die mit FOMO in den Markt gehen, eben einmal aus dem Markt raus liquidiert werden müssen. Das ist jetzt aber auch schon passiert. Aus dem Grund, rein jetzt mal vom Manipulationstechnischen her, haben wir jetzt eigentlich für keine Seite, nicht für die Bullen und auch nicht für die Bären, gibt es eigentlich keine manipulativen Move, der irgendwem irgendwas bringen könnte. Einfach aus dem Grund, weil jetzt eben dieser hohe Spike an Longs schon wieder ausgeglichen wurde, schon wieder weg liquidiert wurde. Das heißt, jetzt befinden wir uns wieder in eher einem neutralen Marktsentiment, vor allem, weil wir jetzt ja aktuell hier auf dem Daily eben auch diesen Support retesten. Das heißt, Leute, neben Bitcoin, muss man natürlich ganz klar sagen, kann man manchmal Ethereum im Auge behalten, weil Ethereum ist meistens ein Coin oder der Altcoin, der Bitcoin so ein bisschen fast schon vorherläuft. Das heißt, wir sehen manchmal, dass Ethereum einen Move vor Bitcoin macht und Bitcoin dann hinterher zieht. Und aus diesem Grund ist es natürlich jetzt sehr interessant zu wissen, wenn wir bei Bitcoin gerade bei nicht allzu starkem, aber doch etwas Support sind und wir so einen starken Abverkauf gesehen haben und auch Liquidationen, zeigt uns vielleicht der Ethereum-Chart irgendetwas Bullisches oder so, wo man dann sagen könnte, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt hier erstmal den Boden bei Bitcoin auch reinbekommen, denn Ethereum dreht sich gerade bullisch um. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, morgen der Ethereum-Merch sorgt natürlich dafür, dass Ethereum aktuell sich noch deutlich, deutlich besser oben hält als Bitcoin. Nichtsdestotrotz, Leute, könnte ich mir vorstellen, dass der Merch auch ein, nicht sell the news, aber sell the event sein könnte. Das heißt, buy the news und dann aber, wenn das Event wirklich passiert, da dann eben abverkaufen. Man muss natürlich ganz klar sagen, Leute, wir sehen jetzt hier bei Ethereum eher mal etwas Unschöneres, denn wir sehen hier aktuell, dass wir aus unserer potenziellen Bearflag oder auch Rising, Broadening, Wedge könnte man hier auch tatsächlich einzeichnen, aus unserem Rising, Broadening, Wedge oder Bearflag, je nachdem, wie man hier eben die Supports und Resistance einzeichnet, muss man natürlich ganz klar sagen, hier unten beim Support ist es ganz klar, dass wir da jetzt erstmal den wichtigen Support hinter uns gelassen haben. Wir haben jetzt noch einen kleineren, wo wir ja auch aktuell hier bouncen, wie ihr sehen könnt. Aber Leute, ich kann euch jetzt schon mal mal sagen, wenn wir bei Ethereum einen Break unter die, ja, 15.080 Dollar eigentlich sehen, vor allen Dingen mit einer Bestätigung. Das heißt, wenn wir hier nach unten ausbrechen und dann einen schönen Retest und dann einen Break unter den alten Lowpoint, dann kann man natürlich ganz klar sagen, dann sieht es eher danach aus, als würde Bitcoin diesen Support erstmal nicht halten. Damit müssen wir dann ganz klar rechnen. Und natürlich ist es dann auch so, dass Ethereum potenziell natürlich auf jeden Fall mal zurück hier in den Raum von den 13, also 1.350 bis 1.400 Dollar gehen wird. Das müssen wir einfach nur im Auge behalten, wenn wir natürlich hier keinen Breakout nach unten sehen und jetzt einfach nach oben weiter pumpen. Das wäre natürlich hier das Best Case. Ich hoffe natürlich auch bei Bitcoin, dass unser Support hier halten wird. Nichtsdestotrotz, Leute, es ist absolute Vorsicht angesagt. Ich habe es euch im gestrigen Video noch gesagt, dass wir sehr vorsichtig sein müssen und nicht zu bullisch werden dürfen, weil wir eben einfach so viel Widerstand, dass 0.618 und so weiter und so fort über uns haben. Und eine Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass normalerweise in der Vergangenheit von Bitcoin, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier diese On-Chain-Data an, wir sehen hier die blaue Linie, die zeigt uns den Realized-Gewinn, also den Long-Term-Holder. Die Long-Term-Holder, was ist der durchschnittliche Preis? Der Realized-Price sozusagen. Und Short-Term-Hodler, was ist da der Realized-Price? Das heißt, wo sind sozusagen die Long-Term-Hodler, sind die gerade im Profit? Sind die Short-Term-Hodler gerade im Profit? Und was ist der aktuelle Preis? Wie wir sehen können, Leute, natürlich ist das jetzt hier vom 9. September, das heißt, das ist ganz leicht veraltet, aber das ist nicht so relevant, denn wir wollen uns natürlich jetzt hier nicht die genauen Zahlen anschauen, sondern wir wollen gucken, okay, in den letzten Bärenmärkten war es ja natürlich immer so, dass wir kurzzeitig, dass kurzzeitig die Short-Term-Holder weniger Gewinn hatten, als die Long-Term-Holder. Das war immer so ein bisschen das Zeichen für den Bärenmarkt oder für das Bärenmarktende und meistens haben wir danach dann eben noch eine Weile Seitwärtsbewegungen gesehen. 145 Tage, das heißt, ja, eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, mehrere Monate. Das würde bedeuten, dass wir überhaupt erst aus dem Bärenmarkt richtig wieder rausgehen, erst Anfang nächsten Jahres, vor allem, weil wir jetzt überhaupt noch nicht gesehen haben, dass die Short-Term-Hodler einen niedrigeren Realized-Price haben als die Long-Term-Hodler. Und aus diesem Grund, Leute, lasst uns hier natürlich auch weiterhin ein bisschen vorsichtiger sein, denn in der Vergangenheit kann man ganz klar sehen, dass wir deutlich weiter mit dem Preis unter die Long-Term-Holder, unter den Long-Term-Holder-Realized-Price fallen. Und aus diesem Grund muss man natürlich ganz klar sagen, Leute, wir sind definitiv noch nicht bestätigt hier aus dem Bärenmarkt raus. Wir müssen jetzt einfach wieder im Auge behalten, können wir diesen Support halten. Nichtsdestotrotz, Leute, ihr wisst es, den Monat müssen wir über 22.300 Dollar beenden und davon sind wir natürlich jetzt erstmal wieder weit entfernt. Schauen wir uns wie gesagt an, Ethereum haben wir jetzt ja schon gesagt, was wir da im Auge behalten müssen. Wenn Ethereum nach unten ausbricht, werde ich auch potenziell meinen Short-Trade hier bei Bitcoin erneut hochskalieren, einfach aus dem Grund, weil man dann natürlich ganz klar davon ausgehen kann, dass Bitcoin auch nochmal hinterherziehen wird bei diesem Preis-Move. Natürlich der Entry von 22.000 Dollar ist natürlich sehr, sehr schön und beim Hochskalieren würde ich den natürlich auch noch nach unten bewegen. Aber wenn das jetzt hier wirklich keinen Support, also wenn Bitcoin jetzt hier wirklich keinen Support findet, wir bei Ethereum das bearische Breakout sehen, naja, dann muss man natürlich ganz klar sagen, Leute, wird der WIC auf die 16.000 bis 14.000 Dollar sehr realistisch, einfach aus dem Grund, weil wir natürlich dann unsere Wochenkerze extrem, extrem bearish beenden. Und bei Ethereum, Leute, könnt ihr es schon sehen, formen wir auf dem Weekly dann eine Art M-Pattern. Ich meine, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, Leute, hier haben wir auch über das große Head & Shoulders geredet, haben darüber geredet, dass Ethereum bis auf 850 Dollar fallen wird. Ich habe letztens noch bei 1.900 Dollar, habe ich ein Video hochgeladen, Ethereum jetzt auf 850 Dollar. Genau das ist passiert. Sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass Ethereum vielleicht nochmal einen Move in diese Price-Range machen wird, vor allem wenn Bitcoin auf die 16.000 bis 14.000 Dollar korrigiert. Nichtsdestotrotz, Leute, lasst uns auch mal auf dem Weekly-Time-Frame bei Bitcoin schauen. Da sieht es natürlich nicht viel schöner aus, Leute. Ganz klar, wenn wir die Wochenkerze so beenden, sieht es wirklich nicht gut aus. Selbst wenn wir die Wochenkerze wieder aufs 21.300 Dollar-Level pushen, wir müssten hier wirklich in die Range von 24.000, über 23.000 Dollar bis zum Ende der Woche, dass das noch eine bullische Weekly-Candle werden kann oder Wochenkerze werden kann. Und das ist dann doch etwas unrealistisch, muss man natürlich ganz klar sagen. Und auch auf der Monatskerze kriegen wir natürlich jetzt aktuell mit diesem WIC einen ganz, ganz klaren Reject hier von unserem Monthly Upward Sloping Support, also ansteigenden Support, der jetzt natürlich zu Widerstand geworden ist. Und aus diesem Grund, Leute, 16 Tage sind noch Zeit, aber wir müssen so oder so extrem, extrem vorsichtig jetzt sein, denn wir haben jetzt eben einfach viele wichtige Preislevel wieder nach unten hin durchbrochen und so viele starke Supports haben wir unter uns nun mal auch nicht. Abgesehen natürlich von dem Daily Timeframe, wo wir natürlich ganz klar hier das 19.000 bis 18.800 Dollar Level als wirklich starke Support Range haben. Und nur wenn die nach unten hin durchbrochen wird, ist es wirklich an der Zeit, seine Short-Position wirklich sehr, sehr stark hoch zu skalieren, nochmal den finalen WIC mit einem großen Short mitzunehmen. Aber bis dahin werde ich mir einfach jetzt fürs Erste ein bisschen Ethereum anschauen, denn Bitcoin hat jetzt eben so einen sehr volatilen, starken Move nach unten gesehen. Und da muss man eben einfach sagen, dass nach so einem stark volatilen Move macht es meistens nicht unbedingt Sinn, den Kurs anzuschauen. Aber bei Ethereum haben wir ja das Glück, dass da eben dieser extrem, extrem volatile Move mehr oder weniger noch nicht passiert ist, wegen dem Merch. Und daher können wir uns natürlich dann jetzt hier perfekt ein bisschen daran orientieren, okay, ist die Marktstimmung weiterhin bearish oder sehen wir jetzt tatsächlich einfach einen Reversal in den nächsten Tagen und bis zum Ende der Woche, was aber wirklich mit sehr, sehr viel Power passieren muss, wie ich euch eben gerade schon gezeigt habe. Denn wir müssen die Wochenkerze dann wirklich irgendwie im 23.000 Dollar Bereich schließen, damit sie nicht bearish ist. Jetzt würde ich aber sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr wie immer einen Kommentar schreibt, das pusht den YouTube-Algorithmus, gebt mir natürlich ein bisschen Feedback, das freut mich natürlich auch. Und ansonsten würde ich dann sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute, haut rein, ciao, ciao.